Bitteschön! Dankeschön! Was ist ein X-Spezial? Ich hab keine Ahnung, ich glaub, X-Abwehr oder X... Satz mit X zum Beispiel. Nein, Satz mit X ist aber nix. Das ist richtig, aber du kannst auf jeden Fall ein Status, also ein Effekt, ein Status von einem Pokémon verbessern. Hm. Es gibt zum Beispiel, oder es gab damals X-Abwehr und X-Angriff. Ob sie etwas zu sagen auch noch gibt, weiß ich nicht. Wüsste ich aber gern. Terviosa! Na ja, du kleine Fratz. Ich hab gleich ein Sechser. Ich krieg ihn. Ich kann halt nix machen, gerade. Außer hoffen, dass sie gleich irgendwo ein Scheiß. Das ist ein Dorf. Ich hab ein Dorf gefunden. Erster. Bin noch am Kämpfen. Das ist Slymark. Äh, Slymer. Das ist Slymark vor allem. Äh, Slymark. So. Sech oder so. Du hast ein Bezug. der Bleder ihren also ist geil für dich tut er ohne mich erkunden machen nö ich mache mal eine Quest ja man, ich habe meine Party geheilt sieht voll traurig aus, wenn der neue Pokémon ist ich würde sagen, wir wohnen erstmal in diesem Dorf der Dorf rennt einfach vor mir weg ich hatte Angst vor dir schnäcke Hallo Joy weg das war nicht Joy, das war ich würde mich vergessen die Blutstafel wo bist du? im Dorf? ja, ich auch und ich finde dich nicht ich habe auf jeden Fall Äpfel für dich und ich habe nichts mehr ja, ich aber so du bist da ich will jetzt nicht kämpfen nein hier da vorne bist du ich würde sagen, dass wir uns hier ist ein fucking Divi das ist einer der Starter Pokémon die man so glaube ich gar nicht bekommen kann hier hier können wir uns grad nicht kaufen naja komm 200 von Pocoboy und das ist der 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 Ja, genau, konsultiere dich. Ich töte dich einfach, ja? Ich hab meinen Froxy gehealt. Oh Gott. Was denn? Ich hab gewonnen. Ja, wir machen jetzt auch so. Ne, du bist Level 13. Ob ich einen Level 10 noch besiegen kann? Mit Level 8? Stimmt. Theoretisch. So, hier holen wir jetzt. Hab ich jetzt gerade geschlossen. Spawn Point. Truhe. Das ist ja alles weg. Das Buch ist, wir haben schon mal so'n scheiß Aluminiumhammer. Schmerzen. Das kann ich schon mal rein. Eisenbachen ist auch so. Das ist ja alles weg. Ja, das ist ja alles weg. Ja, das ist ja. Und hier. ich hab lohnstaub das gehört und erfunden hier werden uns auf jeden fall erst mal wenn wir nicht 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 die die mehr Blügers Verstand mit es ist der Fall wird okay der Fall wird er fragt sich durch die Besserung bei dem blauen Haus hier das kann Haus ist das hier unser Zuhause und ja also kann ich ja alles in die Küste schmeißen aus einem Bett natürlich dann wird von dem eins auch das und das und dann schaufeln so viele schöne Holzschaufeln mir doch egal weil ich will unbedingt eine Apricocofarm bauen weil ja die kann man anbauen und dann muss man die mit einem Amboss erstmal kochen irgendwie weiß ich auch nicht mehr schon 2017 oder 2018 das letzte Mal ich noch mit dem Kumpel so mit meinen Brunnen gespielt habe aber das war alles schrecklich geil aber auch scheiße und wie Stein ich glaube nicht aber unser ganzes Haus besteht aus viel zu viel Topplestone gut und von unserem Haus machen Sie das Let's go Wir fahren die C auch, oder wenn die auch nicht fahren? Ach mann. Na die Fokus pumpt sich auf, ok, hier krieg ich ein richtig schönes Mittelstrahl ins Gesicht. Ich guck auch gar nicht hin, nochmal schön mit dem Strahl rein. Das ist so, dass die Teckel so nicht warm ist. Der Turbo-Dreher mal echt zu stark weg. Da ist ein Stück Fleisch im Ofen für dich, ne? Würde ich dir nur sagen. Das klar. Wolle wir wissen auch nicht wie lange dieses Projekt geben wird. Das ist geil. Du wirst auch unbedingt herausfinden, wo welche Pokémon Knochen geben. Ja, wenn wir eine Knochenfarm haben, muss ich mich einfach von dir hinsetzen und wirklich ekelige Geräusche dabei machen. Ähm, wenn wir eine Knochenfarm haben, dann GG. Eisen und Knochenfarm. Dann haben wir schon gewonnen. Kann ich sagen, erster. Sehr gut. Sehr gut. So. Zack, 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 zack. Das brauche ich noch nicht. Das brauche ich auch noch nicht. Zack. Rot. Dann kommt hier. Pinken. Drei mal drüben. Drei mal drüben. Schwarz. Blau. Und gelb. Ich bin schon mal dran. Bauch, das ist das, dass wir nur noch mal drüben. Schwarz ist ein bisschen schwarz. Ich bin schon mal drüben. Schwarz. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Das weiß ich mir nur, wofür wir das brauchen. Ich brauch's einfach machen. Ich brauch's einfach machen. Deine. Was denn? Ich hab den Blubber, mein Schatz. Okay. Ich stelle keines Paar. Nein. Nein, nicht töten. Ach. Ach. Blödes Geweiher. Oder wer immer du heißt. Schwier, alles antiklimatisch. Ich hab noch ein paar Kartoffeln rein. Was ist das? Hallo. Rotobete. Schön umgeliebt am Krampolen. Wo kommt das jetzt hin? Wir werden es hier erfahren. Ich wurde besiegt. Das ist scheiße. Ja. Das ist mein Froggy. Kampfunfähig. Nick. Wenn er jetzt hier hoch springt man. Ach Mann. Ja level 29 hier. Bums sich. Wewe. nicht mit mir kriegt das viel viel Spaß auch eine weiße muss ich auch noch anpflanzen komm oh ja Aquakner ja bitte rennen Sie nicht weg ja oh ja das war für die meine Frucht wieder sind weh oh Gott drück mir nicht auf meine Frisch und Snicks dich habe ich weggehauen die bräuchte ich nicht mal gucken was da noch für Pokémon rumlaufen dann bist du hier im Quest welches Level hast du ja ich bin ich bin dann ich bin dann ich bin ich bin jetzt ich bin ich bin ich bin oder so relativ wenig Ahnung von Pokémon richtig? Ja. Dann würde ich auch noch Optik gehen und nicht nach Effizienz. Ich kenne Shigi, das reicht mir. Shigi ist auch das beste Pokémon, ne? Und Pikachu. Pikachu ist oberhalb. Und Pumelow, ich liebe Pumelow. Pumelow so oberhalb. Shigi genauso. Nein, Shigi is cool. Du kannst kann ich auch. Ich kenne Shigi. Ich kenne Shigi. Ich kenne Shigi. Ich kenne Shigi. Hau und dein Consultor zu mir Industrial. O Elsnustier. Man erwartet Geschichte, man erwartet viel, viel, viel Geschichte, das ist völlig in Ordnung. Ach, bums dich doch, ganz ehrlich. Lass mal schlafen. Autsch! Ha, weh! Ich glaub, das solltest. Er haut mich voll weg! Wurde besiegt. Ich wurde einfach besiegt. Das passiert, ne? Ja. Ich wurde einfach besiegt. Deglid. Ne, Löhner hat 20 Dollar, ich hab' nicht gedacht. Nur nicht wahnsinnig öll. Und ein paar Apples. Träumen war schön. An was Schönes. Oh, ja. Ich versuch. Ich bin auf dem Weg. Irgendwohin. Ins Dorf. Da bin ich. Bin gleich da, warte. Ich kann nur nicht mehr sprinten. Du musst was essen. Ich habe nichts zu essen. Im Ofen sind Ofen-Kartoffeln. Das ist schön. Nämlich wird gleich, wenn ich geschlafen hab. Liegt denn mein Bett? Stopp. Asma. Kannst du, so kann sagen, aus meiner Sicht gehen. Ne, Asma. So. Ich lauf mal Richtung Wüste. Weil da hat sie am meisten Chancen, Viecher zu töten. Level 19. Oh Gott. Ich nehme hier einfach alle Aufgaben an. Ich nehme hier einfach alle Aufgaben an. Kohle kann man immer gebrauchen. Aber die wollen irgendwie ein shiny Pokémon von mir. Ja, ich hab vor einem Testlaufen Pinkel-Stick da gesehen. Ich hab's gehasst. Level 21. Was ist das? Was ist das? Eisenerz. Hier gibt es sonst nix. Ne, du bist leider dran. Dich will ich nicht. Ne, de, de, lass mal. Du bist gut. Außer... Ja. Wie... Was ist das? Da drücken wir nicht so lange kleine Fackeln ab. Lass. Das richtig war nicht. Wir wollen die Poké-Bälle craften. Um Pokémon zu fangen. Oh, du bist so was von einem Arsch, Junge. Abwechslung. Mittelstrahl ins Gesicht. Entschuldigung, ich bin schon wieder eklig. Daumen, wie Sau. Nicht mal drei Runden.